Herzlich Willkommen, lieber Hörni. Vielen Dank. Ja, was ein Start, ey. Ich war schon so zu dir. Ja, so nervös bin ich eigentlich nicht. Und dann so fünf Minuten später nach Start. Okay, jetzt bin ich's, als wir eben Probleme hatten. Ja, ja, ich meinte ja auch zu dir, dass ich ein bisschen nervös heute bin. Das liegt aber vor allem daran, ob ich jetzt alles drinne habe, ob halt OBS läuft und so. Und dann will ich hier auf Start drücken, stelle fest, der Button lässt sich gar nicht drücken. Dann stelle ich fest, dass ich irgendwie nicht eingeloggt bin. Macht das also alles nochmal neu, dann sagt er Nö. Ne, dann sagt er erst Ja und als ich dann Stream starten wollte, sagt er Nö. Also, ganz wild. Ähm, gut. Einmal kurz den Inneren irgendwas channeln und dann wird das heute auch alles, alles gut. Alles da. Jetzt übernimmt der Hörni die Show. Jo, ich freu mich. Genau, also, jetzt kommen wir zum nächsten großen Brecher und das war wirklich, was für ein Ding das war. Also, als ich mich heute dann damit beschäftigt habe, habe ich das erst nochmal alles realisiert, wie viel dann passiert ist. Das war schon sehr interessant. Ich war ja in der letzten Wabe, als ich hier war mit Schlomo, als ich dich vertreten habe. Ähm, da ging es ja auch schon um Scholz. Damals hat er ja die große Remigration angekündigt. Jetzt ist es wieder ein bisschen Scholz-lastig, ne. Klar. Jetzt steht er auch im Mittelpunkt logischerweise als Kanzler. Nur, es geht, wer hätte damit gerechnet, in eine andere Richtung. Ich fange mal an mit dem, mit dem Artikel vom, vom Tagesschau. Es ist, man könnte sich, also es ist eine schwierige Frage, wo man hier einsteigt. Denn, dass die Ampel sich streitet, das tut sie quasi seit Beginn, seit diese Koalition existiert. Die Medien framen uns das natürlich immer als, ja, die streiten sich um das Beste für unser Land. Das ist natürlich vollkommener Quatsch. Also, ich habe das immer so zusammengefasst. Im Endeffekt geht es darum, der Streit ist, ob wir jetzt die kompletten ökosozialistischen Massenmigrations- und Wokismus-Ideen direkt umsetzen. Also, das wäre dann die grüne Position. Oder ob das alles eher so schleichend geschieht, ne. Ja, schleichend haltend, bisschen langsam. Genau, das wäre die FDP-Position. So könnte man, das ist dieser Streit, ne. So könnte man das, ja, auseinandernehmen, dieses Framing sozusagen. Genau, hier würde ich dich auch an dieser Stelle gleich fragen, Kaspar, hast du damit gerechnet, dass das passieren wird? Du, wir hatten, als Bijan zu Gast war, habe ich genau das angesprochen. Ich habe ihm erzählt, dass ich dann eine Verstörungstheorie für ihn hätte. Und er meinte, ja, ist Blödsinn, weil die Pöschchen, die da haben und den Anspruch auf Rente und dies und das. Ich meinte, ja, ja, das mag ja sein, ich will dir nur eine Verstörungstheorie erzählen. Hättest du mich damals gefragt, für wie glaubhaft hältst du denn diese Verstörungstheorie? Hätte ich gesagt, naja, für wenig glaubhaft. Also, die Wahrscheinlichkeit ist schon echt gering. Was ich so faszinierend finde, darüber wirst du, glaube ich, sowieso nicht besprechen. Denn bisher hat keiner, den ich irgendwie öffentlich vernommen habe, mal angemerkt, dass der zeitliche Zusammenhang zu der Wahl Trumps doch schon recht auffällig ist. Ja, klar. Der ist seit, ich glaube, 24 Stunden oder so, ist der gewählt und hier fährt die Regierung vor die Wand. Das ist schon ein echter Wahnsinn. Und nein, ich hätte nicht gedacht, dass das dann so plötzlich doch kommt. Okay, also das ist, es könnte eine Rolle spielen, aber wenn ich gleich die Chronologie durchgehen, wirst du merken, das hat sich auch angemahnt anhand anderer Sachen. Aber, weswegen ich dich gefragt habe, bei mir war das nämlich auch so. Ich hatte vorher noch jemanden geschrieben, zwei Stunden bevor das passiert ist, wo es auch um das Thema ging, wo meinte ich, nee, nee, das machen die niemals. Niemals wird diese Koalition auseinanderbrechen. Und dann ist es tatsächlich doch passiert. Auf die Gründe, wie gesagt, da gehen wir ja dann nachher gleich ein. Genau, mit der Chronologie. Also, ich fange gleich an mit dem, ich habe ja gesagt, seit der Koalition, das könnte man so durchführen mit diesem Streit. Das hat sich ja, wie ein roter Faden hat sich das durchgezogen. Und wir hangeln uns jetzt ebenfalls im roten Faden lang, was passiert ist. In der näheren Vergangenheit sozusagen. Also, Scholz hatte vor kurzem zu einem Industriegipfel eingeladen, aber Habeck und Lindner nicht dazugeladen, was schon mal sehr interessant ist. Denn das sind ja beides bedeutende Minister innerhalb dieser Regierung. Und ja, das hat man schon so als Affront ein bisschen aufgefasst. Daraufhin hat Habeck dann seinen Finanzierungsfonds vorgelegt. Dieser sollte, oh Wunder, mit Schulden finanziert werden, also ein Auflösen der Schuldenbremse. Das hat dann erst dazu geführt, dass Lindner sein Papier, dieses 18-seitige Papier vorgelegt hat, dieses Grundsatzpapier. Man könnte es grob zusammenfassen als etwas liberalere Wirtschaftspolitik, die er da gefordert hat. Genau. Ich möchte dann hier direkt den ersten Absatz vorlesen von dem Tagesschau-Titel. Das war jetzt am 1.11., also fünf Tage bevor dann, sechs Tage bevor dann die Koalition zerbrochen ist. Äh, fünf. Fünf Tage. Genau. Lindners Kampfansage an die eigene Koalition. In einem Grundsatzpapier stellt Finanzminister Lindner Entscheidungen der Ampelkoalition in Frage. Er fordert darin eine Kehrtwende in der Wirtschafts- und Finanzpolitik. Veröffentlicht worden sei das Papier durch eine Indiskretion. Jetzt wird es gleich komödiantisch. Ja, ja, bla, bla. Ich wollte es mal anmerken. Ich weiß, ob du darauf noch eingehst. Ja, das Ding ist absichtlich durchgestochen worden. Ja, das hätte ich auch vermutet. Ja, genau. Da komme ich gleich noch zu. Aber ja, genau. Na, aber jetzt wird es auch jedenfalls komödiantisch. Es liest sich fast wie ein Gegenentwurf der Opposition zur aktuellen Regierungsposition. Wirtschaftswende Deutschland. Konzept für Wachstum und Generationsgerechtigkeit. Ich finde es geil, wie hier die Tagesschau selber schon schreibt. Also, ein Konzept für Wirtschaftswachstum liest sich wie ein Gegenentwurf zur aktuellen Regierungsposition. Was sagen Sie uns damit, ne? Ja, die haben uns ja ein grünes Wirtschaftswunder versprochen. Und ich meine, seit die Ampel regiert, ist jedes Quartal Negativwachstum verzeichnet worden. Tja. Wenn nicht zumindest die letzten paar Quartale. Ja, und es ist bemerkenswert, dass sogar die Tagesschau das hier quasi gut implizit schreiben ist. Aber jeder, der lesen kann, liest das raus. Probleme wie ein Investitionsstau, geringe Produktivität und die Quereleien in Bezug auf den Klimaschutz seien zum Teil vorsätzlich herbeigeführt worden, schreibt Lindner in dem Papier, das dem ARD Hauptschutzschulie vorliegt. Deshalb ist eine Wirtschaftswende mit einer teilweise grundlegenden Revision politischer Leitentscheidungen erforderlich, um Schaden vom Standort Deutschland abzuwenden. Ja, dann also in diesem 18-seitigen Papier, was könnte man sagen, sind so wichtige Punkte gewesen. Vor allem der Bürokratieabbau, der Soli sollte entfallen, halt wie jetzt eben schon gesagt wurde. Vor allem auch diese Einsparungen beim Klimaschutz. Ganz kurz zum Bürokratieabbau. Seit ich denken kann, versprechen mir Politiker einen Bürokratieabbau. Ich wollte es nur mal angemerkt haben. Ja, und immer davon noch mehr als Bürokratie. Seit Jahrzehnten höre ich von Demokratieabbau. Bürokratie, Bürokratie. Was habe ich gesagt? Bürokratieabbau, ja. Genau, genau. Ja, und es kommt immer nur mehr richtig. Genau, Einsparungen beim Klimaschutz, wie eben schon erwähnt, auch ein sehr großes, wichtiges Thema in diesem Papier gewesen. Ebenso die Migrationspolitik. Na gut, die kam eher nur am Rande vor. Wichtigster Punkt wahrscheinlich, habe ich eben schon aufgeführt, die Änderung an der Schuldenbremse. Das ist ja so ein, das Ding von Lindner gewesen und so, wo er nicht mitgehen wollte, die Grünen und die SPD, denen ist das ja egal, wir wissen ja alle mit, umso mehr Schulden wirtschaftet es sich am besten nach linker Logik. Das Ganze war Teil eines seit längerem angekündigten Herbst der Entscheidungen der FDP. Die wollten jetzt am Ende dieser Koalition schon fast, kann man sagen, nach drei Jahren, auf einmal dann mal wirklich ein paar Dinge selbst durchbringen. Das ist sehr interessant, ne? Ich finde es auch wirklich absurd, wenn man bedenkt, also man geht diese Koalition ein, man gibt alle Punkte ab. Wir denken mal an sowas wie Attermann, ne, die sie durchgelassen haben. Jetzt vor kurzem erst das Selbstbestimmungsgesetz und jetzt gegen Ende will sich die FDP verkaufen als so eine liberale Alternative in der Regierung. Eine Frechheit, eine absolute Frechheit. Wirklich dreist, wirklich dreist. Ja, also kann man sich fragen, ergibt halt auch gar keinen Sinn und wirkt halt auch echt eierlos. Also jetzt so gegen Ende. Woran hat das gelegen? Wir werden später gleich noch einen Blick auf die Umfragen werfen und können das dann vielleicht ableiten. Ja, wie du schon auch gesagt hast, das Papier sollte eigentlich intern bleiben, heißt es und gelang durch eine Indiskredition an die Öffentlichkeit. Das sei auch mal dahingestellt, ne? Also, naja, wer es glaubt, wer es glaubt. Also sowieso, alles was wir jetzt und was jetzt noch kommt und was wir immer so hören von der Ampel und so, wenn es heißt, ja, wir brauchen, ne, also jetzt die Ampel löst sich auf, Neuwein und so. Also ich denke mir dann immer erst so, kann ich Ihnen das glauben? Weil, man, sind wir mal ehrlich, also diesen Politikern kann man doch nicht mehr irgendwie einen Idealismus unterstellen. Zu null Prozent. Was weiß ich, wenn man jetzt an die früheren Jahre der BRD denkt mit Adenauer, Kohl und so, da wird immer auch ein gewisser Idealismus drin gewesen sein. Nur bei diesen Leuten denke ich so, okay, denen geht es hundert Prozent nur um Ideologie und macht da halt, ich kaufe denen null ab, dass das irgendwie im Wohle unseres Landes ist. Und ich denke, da geht es dir und, ja, quasi jedem Zuschauer hier. Ganz klar. Gut, soviel jetzt zu dem Grundsatzpapier. Dann drei Tage später hat sich Merz mit Steinmeier getroffen und es gab ein Ampel-Krisengespräch. Dazu nichts weiteres, aber jetzt zwei Tage später dann am Mittwoch die große, ja, das große Ereignis, der Koalitionsausschluss der Ampel in großer Runde war eben geplant. Um 20 Uhr ist dann die Meldung durchgestochen, dass Scholz Lindner entlassen wird und um 21.15 Uhr dann das angekündigte große Statement, was er, ich glaube, im ARD gegeben hat. Hast du das auch gesehen oder hast du da mal kurz reingesetzt? Nee, nee, also wenn dann nur ausschnittsweise. Naja, okay, ich hatte das gerade mitbekommen und hatte dann einmal den Fernseher angeschaltet. Ja, das ist, ganz konnte ich es mir auch nicht geben, aber diesen Endpart habe ich eben mitbekommen mit dem wichtigsten Ereignis halt eben der Meldung, dass Scholz halt Neuwahlen ankündigt. Das, naja, hier der zweite Tagesschau-Ding lese ich sonst auch kurz vor. Kanzler Scholz will im Januar die Vertrauensfrage stellen. Nach dem Bruch der Ampel-Koalition hat Bundeskanzler Scholz angekündigt, im Januar im Bundestag die Vertrauensfrage zu stellen. Für das Scheitern macht er Finanzminister Lindner verantwortlich, der wiederum dem Kanzler die Schuld gab. Also jetzt geht es halt richtig los mit dem Beef auf beiden Seiten. Das Vertrauen wurde zu oft gebrochen, sowas hat Scholz halt gesagt in die Richtung. Gegen die Grünen hat er quasi gar nicht geschossen, also es war wirklich rein gegen die FDP. Warum wohl? Das kann vor allem an diesem Grundsatzpapier liegen. Und damit das wirklich den Interessen der Grünen und SPD damit, ja, halt absolut widersprochen wurde. Also 180 Grad, ne? Genau, Kasper, jetzt kommen wir mal zu diesem Termin, den der vorgeschlagen wurde. Also die Vertrauensfrage soll am 15. Januar gestellt werden. Das ist ja übrigens die einzige Möglichkeit, wie die Regierung aufgelöst werden kann, ne? Und die kann auch nur Scheu stellen. Und der Wahltermin wäre dann voraussichtlich, so habe ich gehört, am 9. März. Da gibt es jetzt viele Hypothesen. Hast du noch so eine, warum der 9. März? Ich denke, Nummer 1 wäre, dass die sich vorbereiten wollen auf einen entsprechenden Wahlkampf. Ja, wenn die, wenn übermorgen neue Wahlen wären, dann würde die SPD ja abkacken, dass es nicht mehr feierlich wäre. Von daher will man da nochmal schönen Wahlkampf machen. Ich weiß, ob du noch auf Esken zu sprechen kommst? Äh, nee. Alles klar. Die hat er schon angekündigt. Ich meine, das war, als sie jetzt hier bei Lanz die Woche zu Gast war, dass sie durchaus erwartet, dass man die Mehrheit der Stimmen holen wird. Also man wird diese Wahl gewinnen, ja? Ihr wisst es ja. Die sind geisteskrankt. Da habt ihr einen weiteren Beweis dafür. Und Nummer 2 wäre, dass irgendwas mit Cum-Cum und Cum-Ex-Geschäften wäre, in die Scholz ja möglicherweise verwickelt ist. Ja, alles mutmaßlich. Der Mann kann sich ja nichts erinnern. Und kann es sein, dass da irgendwas war, mit dem das das verjährt oder irgendwie sowas in der Art? Stark. Genau. Also du hast einen Punkt angesprochen jetzt eben gerade. Den führe ich jetzt auch aus. Den anderen nicht, aber auch ein guter Punkt. Was der Hauptpunkt ist erstmal. Also obwohl, nee, komme ich direkt zu Cum-Ex. Genau, Teilbereiche dieses Skandals sollten 2025 verjähren. Das könnte auch so ein Grund sein, warum er es rauszögert. Dann natürlich Wahlkampf. Klar, logisch, ne? Die SPD steht nicht gut da in den Umfragen. Können wir gleich einblenden. Ich bringe noch eben die anderen Punkte durch. Also der 9. März, das fand ich von der Tagesschau überraschend gut, dass sie das auch aufgegriffen haben. Am 2. März wird in Hamburg gewählt. Und Hamburg ist ja wirklich einer der linkesten Städte Deutschlands bei der letzten Hamburg-Wahl. Ja, ja. Bei der letzten Hamburg-Wahl hat Rot-Rot-Grün 70% geholt. Das war Wahnsinn. Erinnerst du dich noch? Fällt mir gerade so spontan ein. Ich hatte mir die Hochrechnung angeguckt beim ARD und dann war die AfD erst auf 4,5% in der ersten. Und dann hat man so Jubelrufe im Hintergrund gehört. Erinnerst du dich daran noch? Ja, ja, da war was. Und dann haben so zwei Schwachmaten von mir auch irgendwie auf Instagram gepostet. Ja, Nazis raus und so. Und dann kamen sie im Verlauf des Abends doch noch irgendwie über 5. Das habe ich gefeiert. Aber das ist natürlich trotzdem sehr traurig. Irgendwie, keine Ahnung, 5,4% oder sowas. Unglaublich. Als gäbe es in Hamburg keine Probleme mit Migration und so weiter und so fort. Also, naja, genau. Also, das ist jedenfalls eine Vermutung auch, dass Scholz eben plant, diesen Termin zu setzen, dass man diese Hamburg-Wahl so als eine Art Rückenwind planen könnte. Dass man sagen könnte, ja, guck mal hier in diesem Drecksloch, wo wir seit, keine Ahnung, 70 Jahren regieren oder so. Da sind wir immer noch stark. Das gibt uns jetzt Rückenwind für die Wahlen deswegen, ja, so eine Woche davor. Das wäre auch noch so, warum der 9. März. Außerdem weitere Punkte, die wir noch nicht hatten. Es ist so, für gewisse Gelder und Bezüge, Ruhegelder zum Beispiel wurden genannt, die gelten, würden schon im März als volles Jahr gelten und somit auch komplett ausgeschüttet werden. Also, hm, ich weiß ja nicht, reiner Zufall bestimmt. Das ist, nein, nein, es geht einfach darum, es muss jetzt noch was getan werden für unser Land. Und noch ein weiterer wichtiger Punkt, die sogenannte Aktion Abendsonne. Rot-Grün braucht... Ja, davon habe ich auch gehört. Ja, die müssen noch ihren Parteusoldaten Pöstchen zuschachern. Richtig. Weil halt absehbar ist, dass die Grünen auf fast die Hälfte der Stimmen kommen, wie das letzte Mal oder sowas. Also, dass da viele Leute plötzlich arbeitslos wären, wenn man sich zuvor schön in den Vorstand von irgendeiner Drecks-NGO oder ähnliches hievt, damit sie dann weiterhin ihr Auskommen haben. Richtig. Und das wäre dann, glaube ich, auch erst im Januar oder so. Auf jeden Fall müsste die Regierung dann noch im Amt sein. Auch das. Also, wir haben hier wirklich viele Gründe aufgezählt. Und jetzt noch zu dem, den wir natürlich auch analysieren könnten. Du kannst mal eine aktuelle Wahlumfrage einblenden. Jetzt direkt, nachdem das alles geschehen ist. Ich glaube, 7. oder 8. ist da die Datenerhebung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, ja... 9. November. 9. Ja, noch besser, noch besser. Sorry, sorry, sorry. Ja, 9. November, Änderungen zur letzten Umfrage vom 2. November. Also, wenn ihr euch wundert, warum da plus minus und so, das ist nicht die Bundestagswahl, sondern das ist die Umfrage vom 2. November, die da verglichen wird mit der aktuellen 9. November. Ja, warte mal ganz kurz. Aber am 9. kam die Umfrage raus. Hier unten steht es. Okay, 7. bis 8. war der Umfragezeitraum, der Befragungszeitraum. Das ist ja... Aber auch das war danach. Genau, auch das war danach. So, und auch das ist halt so ein Punkt. Wir sehen, okay, die SPD, die Regierungspartei steht auf 15%. Also, keine Ahnung, Halbierung oder so zum Wahlergebnis, als sie, ne? Ja, das hast du glücklicherweise noch darunter eingeblendet. 2021, äh, ja, 2021, 25,7%. Okay, keine Halbierung, aber trotzdem. Ja, über 10% verloren. Ja, ja. Also, hm, was könnte ein Grund sein, ne? AfD demnächst verdoppelt, Alter. Ja, das ist, also man muss schon sagen, das ist schon gut. Wir waren natürlich noch besser jetzt im letzten Jahr. Ich glaube, 23 war so der Peak, 23%. Absolut, ja. Genau, aber dann kam natürlich auch BSW und so. Man muss schon sagen, das ist schon stabil. Genau, die CDU natürlich, da sehen wir das, was ich immer so den, ich nenne es diesen Boomer-Widerstand, ja? Wenn ich das so in einem Worte umschreiben müsste, du weißt genau, was ich meine, ne? Jetzt reicht's mir, jetzt CDU. Das ist halt das, was wir da sehen, ne? Ja, mir platzt der Kragen. Ja, jetzt will ich die CDU. Ihr wolltet es nicht anders. Jetzt bin ich im Widerstand, Freunde. In irgendeiner anderen Umfrage sogar auf 35%. Also, absoluter Wahnsinn. Da will ich später mit dir noch drüber diskutieren, was dann vermutlich kommen wird. Aber es ist ziemlich offensichtlich, dass es nach CDU aussieht. Ja, zudem profitieren die Grünen in der Rot-Grünen, und ich finde es auch interessant, das haben sie auch in der Umfrage hier schon, die FDP wird nicht mehr als Regierung aufgeführt. Auch daran siehst du, dass es aktuell ist. Fällt mir gerade noch so auf. Die Grünen profitieren in der Rot-Grünen-Minderheitskoalition vor allem, weil die neuen Posten wurden größtenteils ihnen zugeschustert. Aber das Finanzministerium kriegen sie nicht, denn, das hast du bestimmt auch mitbekommen, Volker Wissing hat das sehr clever gemacht. Der ist aus der FDP ausgetreten, um seinen Posten zu behalten. Gewusst wie, kann man sagen. Ja, der hat noch gelabert. Der beristenziert sich eigentlich nicht von den Werten seiner Partei. Bla, bla, bla. Ja, ja, da finden wir alle die Sprüche, ne? Genau. Anschließend dann reagiert Lindner in einem Antwort-Statement und teilt dann gegen Scholz aus. Zum einen sagt er, unter anderem hat er gesagt, wir haben politische Unterschiede nur dadurch überbrückt, dass Geld zur Verfügung stand, um eigentlich unvereinbare Konzepte vereinbart zu machen. Ich finde diesen Satz gut. Er hat recht. Nur die Frage halt, ne? Warum jetzt? Wer soll dir das glauben? Das sind letzte Rettungsversuche einer sterbenden Partei. Ja, das muss man einfach auch mit Blick auf die Umfragen so sagen. Also, die Schunke, die ist ja ein Phänomen, ne? Die quatscht viel blödes Zeug. Wenn es zum Männer geht, ein Thema, was sie nicht ausklammern kann auf Twitter und so, ist immer sehr, sehr traurig. Wenn es zum politischen Takes geht, ist die teilweise hervorragend. Ja, absolut. Was sie sagt, beziehungsweise schreibt viel mehr. Die hat, nee, es ist acht Jahre her oder sowas. Er hat die, das muss bei Facebook gewesen sein, weil da hatte ich noch gar keinen Twitter. Da hat die geschrieben, dass das größte Versäumnis der FDP sei gewesen, dass sie bei dem Merkel-Kurs der CDU damals nicht in die Opposition gegangen sind. Ja, klar. Zumindest in die verbale Opposition. Gesagt hätten sie, ey, also wir sind ja, ihr wisst ja, wie das ist. Bis zur Ampel galt die FDP eher als tendenziell, so ein bisschen konservativ, eher zur CDU gehörend als zur SPD. Die hätte die FDP damals, die hätten ihren gesamten Scheiß, freiheitlich dies, das, äh, Wirtschaft, äh, meinetwegen, ein bisschen zu Manchester-Kapitalismus, äh, vielleicht hätten die Sklaverei legal bekommen. Die hätten eine Menge durchbringen können, wenn die damals gesagt hätten, Migration, so, nicht mit uns. Wir lehnen das komplett ab. Wenn ihr das ebenfalls wollt, dann wildert uns, ja. Dann wäre die FDP, heute die AfD wäre nie entstanden, und die FDP hätte wahrscheinlich die Stimmen, die sie bei der letzten Bundestagswarte, plus dem, was heute die AfD hat, also 19% mal obendrauf, hat das im letzten Mal 11%. Die FDP wäre möglicherweise die stärkste, äh, Partei Deutschlands. Ja, man, man hätte quasi eine wirkliche freiheitliche, ich denke da an Österreich, ne. In Österreich ist ja unsere AfD hier quasi, ist dort die FPÖ, das sind ja, sind die Schwesterparteien. Ähm, man hätte so eine freiheitliche Partei sein können, wenn man es ernst gemeint hätte. Man hat sich aber dafür entschieden, wie auch die CDU, nee, lass uns lieber das machen, was die Medien sagen und uns in diesem Rahmen bewegen, ja. Dass wir halt nicht irgendwie in Gefahr laufen, von denen zerstört zu werden. Lass uns einfach keine eigenen Werte haben. Lass uns reine Opportunisten sein. Ja, und ich würde sagen, verdient, ne. Verdient diese Strafe, die sie jetzt, äh, die Watsche, die sie wahrscheinlich bekommen werden. Ja, äh, Habeck hat sich dann auch noch in einem Statement dazu geäußert, das war im Wesentlichen langweilig, er hat sich mehr oder weniger hinter Scholz gestellt, so. Dann kommen wir zur Tagesordnung. Alles noch der gleiche Tag. Wir sind jetzt, äh, also das war wirklich wahnsinnig, was an diesem Tag abgeht. Also jetzt der Donnerstag, also der Tag, nachdem das Statement von Scholz war. Ähm, die Tagesordnung stand an. An diesem Tag sollte besprochen werden, Thema Eindämmung der illegalen Migration, eingebracht von der CDU. Die harten Hunde, ja. Es wurde bekannt, dass die AfD dafür stimmen würde, für den Antrag der CDU. Und durch den ja möglicherweise neuen Kurs der FDP, das stellen wir gleich mal in Frage schon, gäbe es jetzt ja zum ersten Mal Mitte-Rechts-Mehrheiten, ne. Also, weil FDP, CDU und AfD hätten, haben eine Mehrheit. Haben eine Mehrheit in diesem Parlament. Jetzt greift natürlich eben diese Brandmauer. Ganz kurz, ganz kurz. Und die haben sie, genau, die haben sie, die kommen auf 24 plus 11,5 plus 10,5. Rechne sonstige weg. 20, 20, genau, richtig. Genau, das wollte ich hinaus. Nicht, das würde sich wundern, also weil die Linke halt mit 4,9% gewählt wurde, die aber komplett wegfallen und die sonstige mit 8,7% komplett wegfallen. Heißt das, dass, was immer da jetzt rauskommt, wenn ich Union, FDP und AfD artiere, kommt 46 raus oder sowas. Das wären aber über 50%. Äh, Linke fallen nicht weg, weil die, da gibt es doch dieses komische, die haben dann doch zwei Direktmaler. Stimmt, du hast vollkommen recht alles da, aber zumindest die sonstigen mit 8,7% fallen weg. Genau. Ja, jedenfalls tritt jetzt die sogenannte Brandmauer ins Spiel, oder wie ich sie gerne umschreibe, als Hundeleine, die die Linken der CDU angelegt haben, um konservative Mehrheiten zu verhindern. Die würde damit nämlich auch fallen, denn wir hätten dann zum ersten Mal den Punkt, dass die in, also wir haben das ja auf kommunaler Ebene, hatten wir das schon gesehen, aber wir hätten es zum ersten Mal dann auf Bundesebene, dass ein Punkt nur durchgegangen wäre mit den Stimmen der AfD und um das zu verhindern, hat die SPD alle Tagesordnungspunkte abgesagt. CDU und FDP haben dem wegen dieser Angst eben zugestimmt. Also wir sehen, die FDP, ja, die haben ihren Kurs nicht geändert. Gut. Noch geiler, die CDU hat dann angekündigt, halte ich fest, vorerst keine Anträge mehr ins Parlament einzubringen, aus Angst davor, Mehrheiten nur mit der AfD erreichen zu können. Unglaublich, Da gab es ein Video von, von, von Merz, wie waren das? Ähm, äh, ich glaube, da ging es um die Wahl zum Bundeskanzler möglicherweise auch hochaktuell, wo, wo er sagte, äh, sie wissen ja gar nicht, ob die AfD mich wählen würde und wenn sie das doch tun würde, dann würde ich die Wahl nicht annehmen. Braver Hund, dieser Mann. Ja, ja, Hundeleine ist, denke ich, eine sehr gute Umschreibung für das. Es ist wirklich unglaublich, also, ja, reiner Opportunismus, peinlich, peinlich. So, dann kommen wir zum Termin der Vertrauensfrage, da hat, ähm, Merz an diesem, ebenfalls noch an diesem Tag, hat Merz 25 Minuten mit Scholz gesprochen. Es gab ja schon, schon Kritik zu diesem Zeitpunkt von fast allen Seiten, später kommen sogar noch die Grünen dazu, aber vor allem jetzt so von, von Kackseite und von rechter Seite sowieso, Kritik an diesem Termin natürlich, ne? Ähm, warum erst zu spät, ne? Merz hat gesagt, er ist für sofortige Neuwahlen, bei den Umfragen aktuell kein Wunder, aber das ganze Gespräch verlief erst mal ohne Ergebnis, da kam noch nichts mehr raus. Jetzt kommen wir zu einem sehr lustigen Unterthema, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wenn nicht, wird's gleich gut, die Kanzlerkandidatur von Habeck. Habeck meldet sich auf Twitter zurück und, eine einzige Clownshow gewesen, und, weißt du, weil du vorhin noch meintest, oh, 300 Likes mit der Corona-Impfung, alter Habeck meldet sich auf Twitter zurück und sein beschissenes Ding hat irgendwie 40.000 Likes bekommen, oder sowas, Mann. Ja, ähm, also macht euch klar, dass Teile der Bevölkerung einfach verloren sind. Ja, die, die sind komplett durch, die sind nicht mehr rational, diese Menschen, die sind einfach im, im Kopf kaputt, ja, und das sind da Leute, die so eine Clowns-Veranstaltung, wie diese dämlichen Videos da von, von Habeck liken und teilen, äh, oder halt die Grünen wählen. Ja, und ich würde selbst da noch sagen, ich denke, der größte Teil der jetzigen Grünen Wähler ist, sind immer noch einfach welche, die sich nur für Politik interessieren. Aber, wie du schon richtig sagst, es gibt auch wirklich einfach nur geisteskranke und Bösartige, die dahinter dann auch wirklich stehen. Ja. Ja. Jedenfalls, Habeck hat sich in einem 10-minütigen Clip, äh, zurückgemeldet. Diese Habeck-Clips auch immer, ne, also es ist wirklich so einschläfernd und uninspirierend. Ich denke da auch an dieses Israel, der hat sich auch mal zum Israel-Konflikt geäußert, hatte ich auch mal ein Video zu gemacht. Also man schläft wirklich ein, wenn Habeck den Erklärbären spielt. Das ist unfassbar. Ja. Aber, die 30 Sekunden, äh, den Clip, den kannst du mal einspielen, der ist sehr interessant. Ich weiß, einen Führungsanspruch muss man sich erarbeiten. Ich will ihn mehr erarbeiten. Deshalb möchte ich erst einmal zuhören. Ihnen und euch. Erfahren, was sie umtreibt in ihrem Alltag, worauf es ihnen ankommt. Vielleicht komme ich ja auf Ideen, die ich sonst nie hätte. Vielleicht reden wir am Küchentisch. Ich finde es jedenfalls schön, sie laden mich ein und wann immer die Zeit es zulässt, baue ich Küchentischgespräche in meinen Alltag ein, bevor der Wahlkampf so richtig losgeht. Wie er da schon sitzt mit seinem Kuschelpulli, weißt du, die süßen Haare und so. Und einen, einen Führungsanspruch muss man sich erarbeiten. Also das Ding ist von vorne bis hinten geskriptet. Das muss man vielleicht dazu sagen. Der liest davon im Teleprompter ab. Das hat er bei den anderen Dingen auch gemacht. Einen Führungsanspruch muss man sich erarbeiten. Ich kann dem nicht so ganz folgen. Also den muss man sich vielleicht selber als gerechtfertigt herbeireden oder so. Ich habe auch wirklich die Vibes bekommen. Also das ist ja aus dieser 10-minütigen Rede, das ist ja so ein Ausschnitt. Ich dachte auch erst wirklich, das ist Nickling-Stuff. Also ohne Scheiß. Also das ist so unfassbar heimlich. Man muss sich das klar machen. Wir sind immer noch die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt und von was für Leuten werden wir da vertreten? Er redet hier nicht wie ein Staatsmann, er redet wie, ja, wie ein Kinderbuchautor, ne? Oder halt so ein... Orina, süßer Typ, Schwiegersohn, Beruf, Kinderbuchautor. Versteht mich nicht falsch. Ja, der ist ja ein süßer Typ. Der Beruf ist ja auch ganz süß. Also der eigentliche Beruf nicht das, was er jetzt macht, sondern der eigentliche Beruf ist ja auch eine total süße Tätigkeit. Ist der nicht Germanist oder so? Also der ist auch noch schlau und so, ne? Und sieht immer so buschelig aus und so. Ey, total süß. Ja, aber einfach nur peinlich. Also für so einen Posten einfach nur peinlich. Und wie er das hier dann noch so redet, ja, als ob er demnächst vorbeischaut. Also wenn es jetzt klingelt an der Tür demnächst, dann, liebe Leute, dann müsst ihr keine Angst haben oder hofft ihr, dass Zeuge Jehovas vor der Tür stehen und eben nicht Habeck. Ich bin hier, um mit ihm über den Herrn Salöser zu sprechen. Ja, genau. Schatz, der Habeck ist da. Ich kann sie mir schon vorstellen. Der würde wahrscheinlich sogar noch Stimmen holen auf diese Art und Weise. Traurigerweise, traurigerweise. Genau, kommen wir zu Baerbock. Kleiner Funfact. Wir sind jetzt erst an dem nächsten Tag, also an diesem Freitag. So viel ist halt wirklich passiert an dem Donnerstag. Am nächsten Tag sitzt dann Baerbock bei Maischberger und redet sich um Kopf und Kragen, als es um die Thematik geht, warum denn erst zu spät Neuwahlen sein sollen. Also Baerbock und auch die Grünen generell stehen zu diesem Zeitpunkt noch komplett hinter diesem Termin auch. Und klassisch Baerbock-Auftritte halt. Die sind immer wieder eine Comedy-Show auch. Also auch wieder eine Frau, also nicht eine Frau, sondern auch wieder eine Person wie Habeck, bei der man sagen würde, in einem anderen Job, Erzieher oder so, wäre diese Frau super geeignet. Ja. Dann fallen so Dinge wie Putin, Trump und so, also als Gründe, warum man die Neuwahlen jetzt noch nicht so vorher machen könnte. Und der beste Satz, der dann in etwa kommt, ein wenig paraphrasiert, Neuwahlen wären destabilisierend für die Demokratie. Ja, es ist so geil. Es ist das, dass du fandest. Ja, absoluter Wahnsinn. Das ist schon gut. Also ich, meine persönliche Ansicht, oder sag mal, was würdest du sagen? Was ist, was ist so ein wichtiger Indikator für Demokratie? Also der wichtigste eigentlich? Naja, wenn ja grundsätzlich, dass das Volk mit Sprache recht hat, aber bei denen, das haben sie da einmal mehr offenbart, heißt es, dass die entscheidenden Kräfte sich auf linke Positionen, äh, nicht beziehen, aber, also eine, eine linke Vorherrschaft. Ja, und die würde natürlich leiden, denn die CDU, die ist aus deren Sicht, ähm, ja, schon Teil der Demokratie, aber, ja, eigentlich will man das ja auch, also natürlich würde man lieber mit der SPD was machen. Und die AfD ist natürlich eine Katastrophe. Und die schippen 19 Prozent aktuell. Ja, ja genau, CDU ist schon quasi der rechte Rand. Und, ähm, CDU, du, du sagst das so, aber CDU ist der rechte Rand dessen, was halt gerade noch so in Ordnung ist. Also, das ist eine, eine, eine Meinung rechter Färbung, die man aushalten muss in einer Demokratie. Ja, ach, diese ganzen Wörter, ne, wie du schon auch eben gesagt hast, Demokratie und, und was weiß ich, Vielfalt und so, das ist, es sind ja alles Glaubensbekenntnisse geworden. Es ist ja alles, es hat ja nicht mehr die eigene, eigentliche Bedeutung zu dem, zu einem Punkt, dass es um 180 Grad verdreht ist und genau das Gegenteil meint. Also, hier meint es ja genau das, was das Establishment will oder halt eben, dass der Linkeste gewinnt. Aber wie du auch schon gesagt hast und wie ich es auch sagen würde, der wichtigste Stabilitätsindikator ist der Volkswille. Und ich hab dir jetzt mal Quelle, ich glaub, du hast es schon gesehen wahrscheinlich, oder? Schätz doch mal, wie viel Prozent der Bevölkerung sind für Neuwahlen? Äh, ich, ich meine da was mitbekommen zu haben gestern, dass es eine Mehrheit ist, aber ich will es nicht beschwören. Und, und wenn ich jetzt wirklich schätzen müsste, würde ich fast befürchten, dass das bei, bei der Mehrheit noch nicht angekommen ist. Also, wenn ich persönlich schätzen müsste, würde ich sagen, so um die 40 Prozent, ich meine aber gestern irgendwas gelesen zu haben, es sind über 50 Prozent. Dicker, 84 Prozent. Wow. Aber Neuwahlen wären natürlich destabilisierend für, für die Demokratie, wie wir wissen. Dass wir das hier nochmal sehen, ich hatte mich auch erst gewundert, was das jetzt rechts meinte, mit, ähm, regulär im September, das wäre dann gar keine Neuwahl, aber wahrscheinlich sind das quasi diese 13 Prozent, ne, weil 30 und 54 sind ja genau dafür, ja, das macht schon Sinn. Ist komisch. Und wahrscheinlich darf man noch mal eine Mehrheit für früher, also die sind nicht für Neuwahlen im März, sondern früher hätten die Leute die Neuwahlen. Ja, ja, das ist auch, also, ne, wie ich meinte, es ist nicht nur das CDU, AfD und so auch gleich gesagt haben, wir wollen die früher auch Verbände und alle möglichen haben sich dazu gemeldet, das konnte natürlich keiner verstehen, warum sie nicht früher, sondern wir verstehen es, wir verstehen, warum diese Leute nicht früher Neuwahlen wollen, ne, haben wir ja schon aufgedröselt, aber eben, also nicht nur unter eben solchen Institutionen, sondern vor allem in der Bevölkerung ist ganz klar, Neuwahlen und wenn es geht, früher. So, so viel zu Baerbock. Ähm, aktuell steht die AfD bei 19%, ich nehme an, dass das ganze Dinge der AfD noch einen leichten, äh, Push geben könnte, das heißt, wenn in einem Monat Neuwahlen wären, gilt die hier es nicht für ausgeschlossen, ähm, so schnell können die uns überhaupt keine Kampagne aus dem, aus dem Hut zaubern, ne, also, erinnert euch mal bitte an, an die EU, war das die EU-Wahl, ich glaube ja, wo man drei Monate zuvor ungefähr die Korrektivgeschichte gedroppt hat, die ja schon im November quasi fertig geschrieben war, im November hatte man alle Informationen, die man rauchte, man hat trotzdem gewartet bis Januar, um das Ding rauszuhauen, ähm, so ein Ding kannst du nicht vor zwei Wochen planen und dann publizieren, ne, wenn du Zeit hast bis März, könntest du die nächste Scheißgeschichte ausdenken und du hast mal gut zaubern. Guck mal, damit hast du noch einen Punkt gesagt, den wir gar nicht, den wir gar nicht aufgegriffen haben, Vorbereitung einer Kampagne, um der AfD zu schaden, richtig, auch das noch ein, ja, auch das noch ein Punkt, den man, den man durchaus erwähnen könnte, ja, sehr gut, sehr gut beigesteuert, so ist es eben, das hätten sie dann auch nicht und vor allem, also, ja, warum nicht, warum nicht früher, also, auch wenn wir jetzt die Wahlumfragen angucken, wie du schon gesagt hast, man kann ja nicht glauben, dass, wenn es jetzt im September ist, ja, bis dahin kriegen wir die AfD zu der Mehrheit oder so, das ist ja alles unrealistisch. So wie jetzt die Umfragen sind, das wäre schon mal sehr gut, die CDU muss einfach, sie wird die nächste Regierung stellen, das ist nicht verhinderbar, dazu geht es unserem Land auch noch zu gut und die Leute sind zu verblendet. Das erste Ziel, das kurzfristige Ziel muss einfach sein, die CDU muss sich in den Augen der Öffentlichkeit entkernen, in den Augen der Normis entkernen, vollständig, muss mit den Grünen koalieren oder wahrscheinlich wird es eher die SPD werden, aber schauen wir mal und die CDU muss sich zerstören sozusagen, weil die CDU ist ja quasi diese Kraft, die den Leuten vorgaukelt, konservativ zu sein und sie hält und dadurch halt seit Ewigkeiten verspielt, dass wir hier konservative Politik haben, sie hält dieses Land sozusagen im Wachkoma und das muss erst weg. Vorher haben wir ein Interesse daran, dass möglichst schnell Merz an die Macht kommt, damit er möglichst schnell dem Normi die Augen öffnen kann und ihm klar machen kann, dass sich hier gar nichts ändert unter einer CDU-Regierung. Ja, noch geiler wäre Wüst, by the way. Wüst oder wie heißen sie? Oh ja, oh ja. Und der Günther, Günther auch sehr gut. Der Dings hat ja neulich abgedankt, aber was sehr schade war, der Helge Braun, der nicht wusste, wie viele Geschlechter es gibt oder bislang er wusste es sehr wohl. Da gibt es auf jeden Fall männlich und weiblich und eine ganze Reihe weiterer, diverser Geschlechter. Der war Kandidat, der war Kanzlerkandidat und ist dann auch früh abgesägt worden. Der wäre auch geil gewesen. Ja, also wie gesagt, auch so ein Wüst oder Günther, die dann halt gesagt haben, ich kann mir schon vorstellen, dass wir mit den Linken koalieren, sowas oder halt die Grünen als absoluten Wunschpartner angeben. Diese Leute, die wollen wir, die sollen möglichst regieren. Es geht halt nicht anders. Vorher kommen wir, vorher werden wir nichts zu sagen haben. Man muss einfach realistisch bleiben. Genau. Gut, dann weiter. Es gab dann tatsächlich doch ein sehr gutes Argument gegen Neuwahlen. Kleiner Scherz am Rande. Kasper, spiel doch gerne mal das zweite Video ab. Und insbesondere ist es eine große Herausforderung in der heutigen Zeit, wirklich das Papier zu beschaffen und die Druckaufträge durchzufüllen. Das zeigt übrigens, dass sie auf Argumente dieser Art zurückgreifen müssen. Zeigt dir, dass sie verstanden haben, die Bevölkerung sich durch das, was sie bisher angefühlt haben, verarscht fühlt. Also die Demokratie zum Beispiel, die darunter leiden würde. Auf uns ließen das Sachen, die ziehen nicht mehr. Und darum müssen sie jetzt das nächste Ding aus dem Hut zaubern. Ja, das ist wirklich besonders lächerlich. Also, ich werde ja gleich eine Zahl nennen, aber wer glaubt ernsthaft, dass das ein gutes Argument wäre, als ob das jetzt den gesamten Papierbestand oder den halben Papierbestand Deutschlands irgendwie verschlingen würde, so eine Wahl. Total lächerlich. Also klar, ich meine, Berlin hat ja aber in den letzten Jahren auch schon gezeigt, das hat ja andere Gründe, dass sie zu unfähig sind, eine Wahl durchzuführen. Aber das ist wirklich ein Witz. die deutsche Papierindustrie benötigt, rein rechnerisch, um diese gesamte Papiermenge für die Wahl zu produzieren, 55 Minuten. Nee, nee, nee. gerade Papier aus. DDR-Wochen, kein Papier mehr da, tut uns leid. Ja, genau. Müssen wir rationieren. Das war übrigens, die wir da gerade gesehen haben, die Bundeswahlleiterin. Und nur einen Tag vorher hat eben diese Bundeswahlleiterin gesagt, dass vorgezogene Neuwahlen kein Problem wären. Stark, oder? Absolut. Einen Tag. Wie ist das nur möglich? Ja, fast so, als hätte man gemerkt, dass diese Ausreden nicht ziehen und wir brauchen jetzt noch was anderes, was man nicht wegquatschen kann. Ist natürlich dann peinlich, wenn sich die papierproduzierende Industrie meldet und sagt, wir brauchen dafür nicht mehr eine Stunde. Ja, unglaublich. Unglaublich. Auch zu dieser Wahl hatte sich der gute Maske gemeldet mit dem legendären Satz Olaf ist ein Narr und boom, ihr sind 200.000 Wahlsprecher. Großartig. Großartig. Ich fand's auch gut, wie dieser Typ, auf den er da reagiert, Huge News, schreibt The German Socialist. Offiziell nennen die sich, glaube ich, eher Sozialdemokraten, aber er hat da schon gar nicht so Unrecht mit. Und bei Maske, also ich bin, ich bin immer wieder fasziniert, wie drin dieser Typ einfach auch im deutschen Game ist. So als ob Deutschland das Land für ihn wäre. Also ist es ja überhaupt nicht. Deswegen ist das so krass. Ja, es ist halt zumindest in Europa das wahrscheinlich wichtigste Land und das wahrscheinlich sogar mit einem deutlichen Abstand, gerade auch in Bezug auf Energieverbrauch und die Amis sind nicht daran interessiert, dass wir russische Energie verbrauchen, was wir in hohem Maße tun. Also Deutschland ist von enormer Wichtigkeit für die US-Arikaner. Ja, ja, klar. Nur musst du überlegen, es ist natürlich richtig, nur er spricht nicht diese Sprache. Er muss, für ihn ist das auch gar nicht so einfach, dass ich in diese Themen direkt reinzufuchsen und wenn du jetzt an andere wichtige Personen aus Amerika, die haben ja auch alle keine Ahnung, was hier abgeht, aber ein Musk wirkt auf mich so, als durchblickt er zumindest zum großen Teil, wir hatten ja schon viele Dinge, er hat ja auch die Städte 3 angeschaut. Ja, genau, klar, genau, genau. Also er hat auch einen persönlichen Bezug zu Deutschland, der war eigentlich schon ein paar Mal hier. Ja, das stimmt. Und also der Typ, wie gesagt, wirklich basiert, der weiß mehr als 70% unserer Bevölkerung, was hier abgeht. Kann man einfach nur so sagen, genau. Dann zu guter Letzt, nachdem an diesem Neuwahl, nachdem an diesem Termin mit der Neuwahl eben Kritik von allen Seiten gab, jetzt ist sogar dann der Fall eingetreten, dass selbst von grüner Seite so kam, also jetzt nicht in demselben Maße, in derselben Intensität gesagt wurde, ja, wir brauchen jetzt sofort Neuwahlen. Das nicht, aber es kam schon so in die Richtung, ja, wir würden das auch akzeptieren, wenn es vorher Neuwahlen gibt. Was wirklich interessant ist, weil wir sehen ja, dass die Grünen eigentlich schon ziemlich schlecht dastehen, ne, im Vergleich zu dem, dann vor zwei, drei Jahren waren sie mal stärkste Partei kurzzeitig, das kann man sich auch nicht vorstellen. Naja, und jetzt... Unglaublich, unglaublich, nochmal ganz kurz, einmal bitte zurückversetzen zur Bundestagswahl 2021. Da war zwei Monate, vielleicht drei Monate vor der Wahl waren die Grünen mit, ich weiß gar nicht mehr, 26 Prozent oder sowas stärkste Kraft, Alter. Unglaublich, unglaublich. Absolut. Nur möglich in einem Land, welches fast nur entkernte Parteien haben, wie eine CDU, wo du halt auch Grüne wählen kannst, ne. Ja gut, und eben deswegen, weil es so viel Kritik gab, auch selbst von grüner Seite, hat Scholz das Ganze dann doch nochmal relativiert. Er sagte wörtlich, über den Termin sollten wir möglichst unaufgeregt diskutieren. Es wäre gut, wenn unter den demokratischen Fraktionen, auch hier wieder das Wort, wir kennen das, das heißt, alle linken Parteien quasi, also nur nicht die AfD, wenn unter diesen demokratischen Fraktionen eine Verständigung darüber erreicht wird, welche Gesetze noch beschlossen werden könnten. Diese Verständigung könnte dann auch die Frage beantworten, welcher Zeitpunkt der richtige ist, um im Bundestag die Vertrauensfrage zu stellen. Also er hat zumindest relativiert. Sagen wir so, er hat nicht gesagt, ja, ich bin jetzt auch eher für vorgezogen. Ich glaube, das wird er nicht machen, es sei denn, da gibt es noch noch mehr Druck, aber hier hat es zumindest mal anklingen lassen, dass dieser Termin jetzt nicht hundertprozentig feststeht. Das fand ich auch noch ganz interessant. Gleichzeitig, ich habe auch schon überlegt, ob es möglicherweise eine Verschwörungstheorie gibt, dahingehend, dass auch die SPD, auch Scholz muss hier mitbekommen haben, dass mittlerweile die Mehrheit der Bevölkerung hier die Migration für das dringendste Problem hält. Was passiert, wenn die SPD sich jetzt neu aufstellt und in zwei Monaten, wenn es dann Richtung Wahlkampf geht, rauskommt mit einem ähnlichen Kurs wie deren Schwesterpartei in Dänemark. Die dir erzählen, wir machen die Grenzen dicht, wir werden abschieben, wir meinen es ernst und meinetwegen meinen sie es sogar ernst. Also das wäre spannend, weil die CDU muss das überbieten. Also wenn die SPD jetzt anfängt AfD-Forderungen zu stellen, dann müsste die CDU eigentlich anfangen NPD-Forderungen zu stellen. Wobei ich jetzt der NPD, der Frank Franz ist ein sympathischer Typ, ich habe ein paar Livestreams von dem gesehen, der wirkt wie ein normaler Mensch auf mich. Ich weiß nicht, was aktuell das Programm der NPD ist, ich will da niemandem Unrecht tun. Aber angenommen, das NPD-Programm ist noch so, wie ich das mal gelernt habe, also es ist halt wirklich radikal, dann müsste die CDU dazu übergehen, das NPD-Programm zu übernehmen. Dann wird es spannend. Ja, die Sache ist halt, ich denke mir, ich glaube, das Dänemark-Beispiel kann man hier nicht ganz bringen, weil, also bei uns ist das halt alles schon viel radikaler und die SPD ist mittlerweile so zersetzt von radikalen, woken Ideologen. Das ist ja nicht wie die CDU, die so auch so ein paar Leute hat, aber halt eigentlich alles sind das Opportunisten. Ja, auch gerade CSU, das sind ja keine wirklich links-grünen im eigentlichen Sinne. Ja, sie passen sich an und werden dadurch so, das ist, und irgendwann ist das natürlich, kann man das gar nicht unterscheiden, aber ich würde schon sagen, wenn ich das zusammenfassen müsste, CDU, CSU sind an sich keine antideutschen Parteien, sie fahren nur diesen Kurs, weil er opportunistisch ihnen, also passt, die besten Ergebnisse und Umfragen bringt, aber bei der SPD ist das eben nicht der Fall. Also ich bin schon der Ansicht, nicht ganz so krass wie die Grünen, aber da ist einfach zu viel im Argen, weißt du, die wurden, jeder, jeder rechts von, von Scholz wurde halt eben schon Faschist und Neonazi genannt. Ich kann mir vorstellen, das würde nicht klappen. Die Seenemark-Taktik, ich glaube, das würde denen keiner mehr abkaufen. Ich glaube, das würde einfach nur dazu führen, dass die AfD legitimiert wird innerhalb der Bevölkerung und gestärkt wird. Ich glaube, die SPD kann sich so nicht mehr retten. Sie müssen genauso weitermachen, sich den Grünen anbieten, die besseren Grünen sind. Ohne Scheiß, ich denke, das könnten sie. Wenn die einen radikalen Kurswechsel vorschlagen und dem Wähler glaubhaft versichern, dass sie jetzt bei allen, also im Grunde genommen müssten die jetzt Wahlkampf machen mit den Themen, die Trump bespielt hat, mit, das wäre grotesk, wenn die SPD das machen würde. Ja, aber ich denke, ey, ohne Scheiß, Alter, mit Rückenwind der Medien, weil die Medien dann sowieso wissen, anders geht es gar nicht mehr. Also, auf wen, wen sollen wir jetzt positiv hervorheben, wenn alle im Grunde das gleiche fordern, nur einer radikal als der andere, ja, ohne Scheiß. Ich denke, ich glaube nicht, dass das passieren wird. Also, angenommen, die SPD würde jetzt mit einem radikalen Kurswechsel daherkommen, und zwar auf Klimascheiße, auf Migration, auf Abschiebungen, auf, weiß ich, Kriminalität, auf soziale Ordnung, innere Sicherheit, bei all diesen Themen. Nochmal, das müsste ein Personalwechsel sondergleichen bringen, aber, also, ich bin mir sicher, sie würden da nicht bei 15 Prozent stehen, da, wo sie aktuell stehen. Kaspar, das ist ja auch das Ding, und das finde ich auch immer gut, dass wir, dass wir keine aktiven Politiker sind, da musst du ja aufpassen, was du sagst, aber wir können es so äußern, was ich jetzt äußere. Ich glaube, ich glaube, du hast gar nicht so Unrecht, denn der Großteil der Bevölkerung, ja, sorry, aber die sind halt einfach Idioten in diesem Punkt. Die würden alles vergessen, das kann schon sein, ich will diesen Punkt geben, aber, nicht nur das, ich glaube, der entscheidende Punkt ist der, dass, ich schätze jetzt mal, den Normie-Anteil grob auf 80 Prozent, also Leute, die von nichts eine Ahnung haben, so wie mein Lieblingskollege, der mir hier einen vom Klima erzählt, und so scheiße, wenn ich ihnen dann Quellen schicke, die das Gegenteil belegen, dann reden wir da einfach nicht wieder, ja, so ein Typ, der so ein grobes Gefühl mitbekommt, weil der Mann im Fernseher sagt, die AfD ist böse, und der Scholz ist eigentlich ein ganz Lieber und so, der hat das alles nicht so gemeint, dieser Normie, der am Rande mitbekommt, was hier eigentlich abgeht. Und ich glaube, wenn der morgen im Fernsehen sieht, dass Scholz sagt, mit der Migration, das ist zu weit gegangen, wir müssen abschieben, Syrien ist sicher, und zwar seit Jahren, die gehen alle nach Hause, so wie Christian Linder es ja vor der letzten Bundestagswahl gesagt hat, und so weiter und so weiter. Ich glaube, dieser Kollege würde sagen, ja, ja, also verkehrt ist das ja nicht, was er sagt. Der könnte, das Problem bei Normie ist das Label, was an dieser Partei dran klebt. Und das Label, SPD ist unverfänglich, da bist du, also du bist ja garantiert keiner der Bösen, wenn du die SPD willst, egal was die SPD fordert. Ja, die könnte jetzt Erschießungen an den Grenzen fordern, naja, es ist ja die SPD, also wenn die, wenn die SPD das fordert, dann muss das Problem wirklich groß sein, ja, und wenn die SPD, man ist das so zu lösen, naja, dann wird sie das schon irgendwie machen. Ja, ja gut, wie du gesagt hast, es ist jetzt halt natürlich so ein Gedankenspiel, dafür müsste halt so viel eintreten, ne, auch die ganzen Medien und so, das müsste alles umschwenken, es ist unrealistisch. Aber in diesem Punkt, du hast, ja, du hast wahrscheinlich recht, die meisten Leute sind Normis, ich kenne da leider auch genug, es ist so. Ja, ich denke, dass auch die Mehrheit der AfD-Wähler, die wählen nach einem groben Gefühl, also das grobe Gefühl, dass mit der Migration ist dir zu viel, ja, raus mit die Fischers, dieses Grundgefühl, das bekommst du auch aus dem Fernseher mit, so und das reicht, die beschäftigen sich doch nicht mit der, mit der Rentenpolitik der AfD, oder so im Scheiß. die befinden sich, die AfD ist gegen diese Ausländer, und ich habe immer wieder Probleme mit diesen Ausländern, also wähle ich die AfD. Ja, auch die AfD-Wähler sind mit Sicherheit zu einem Großteil Normis, die sind alle zu einem Großteil Normis. Ja, klar, der Unterschied ist halt, du hast recht, ich bin, ich bin auch der Ansicht, dass auch unter der, unter den AfD-Wählern, die meisten da jetzt nicht in der Tiefe drin sind, aber, genau, der Unterschied ist eben halt, sie haben ein Bauchgefühl, und, äh, sie liegen halt nah dran an der Wahrheit, ne, auch wenn ihnen dann sowas gesagt wird, wie im, im Fernseher halt, das Bauchgefühl ist da, das kriegen die nicht weg, und, ähm, das ist halt eben der große Unterschied, also sie vertrauen nicht blind dem Fernseher, sondern, trotzdem, was der Fernseher sagt, ähm, ja, treffen sie dann halt so diese Entscheidung, genau. Ja, ja, jetzt hast du nochmal die Warnumfragen eingeblendet, damit würde ich sagen, können wir das abschließen, wenn wir nochmal kurz darüber jetzt, was würdest du, fang du gerne an, was würdest, was wäre jetzt deine, ich hab's ja auch quasi schon angebracht, was wäre jetzt deine, dein Wunsch sozusagen, hättest du gerne frühe Neuwahlen, und, ja, was ist deine Vermutung, was, was wird da passieren? Ich, ich würde jetzt spontan sagen, ja, ohne das selber in der Tiefe zu wissen, also, weil die genauen Beweggründe kennen wir ja nicht, aber wir wissen, dass die SPD das so will, ja, und ich will auf keinen Fall das, was die SPD will, von daher alleine schon deswegen, jetzt mal Mitglied, Neuwahlen übermorgen, oder, übermorgen ist vielleicht, vielleicht müsste die, die, die Weile noch ein, zweimal beim, beim, beim Land auf treten oder sowas, also, im, im Dezember, Ende Dezember, Neuwahlen am, Ende Dezember ist das doch scheiße, machen wir Anfang Januar, dann, dann, dann gerne so schnell wie möglich, ne, alleine schon, weil, ähm, die AfD scheint dem offen gegenüber zu stehen, nach März sowieso, weil er weiß, er wird dann endlich Bundeskanzler, ähm, mir kann das gar nicht schnell genug gehen, dass, äh, dieser Mann, äh, vor der Weltöffentlichkeit sich selbst demaskiert, und klar wird, dass dieser grüne Kurs mit ihm genauso weiter gehen wird, wie bisher, der wird vielleicht ein bisschen härtere Töne anschlagen, ja, ja, die Migranten und so, das ist ja diese Paschas, ja, der haut da mal einen raus, politisch folgen wird da gar nichts, und je schneller die Bevölkerung das merkt, umso besser, ja, von daher, wenn's dann mir geht, Bundeskanzler, März, ab, morgen, ja, sorry, eine Anmerkung noch, ja, besser nach Silvester, das wär's, 10.1., wenn die Medienberichte schön losgehen, über die Ausschaltung, die wir dann dieses Jahr hatten, begangen von Migranten, ne, vielleicht haben wir, äh, wieder ein bisschen Action auf der Domplatte, ein bisschen Action in Berlin und so, das war ja letztes Jahr schon sehr ergiebig, also Januar wäre perfekt, möglichst früh im Januar. Ja, genau, also was jedenfalls die, die die Medien so, so umwelt oder sowas, die sich so noch einen scheinkonservativen Anschein geben, was ich da so vernommen hab, ist, die wollen sie auch eher früher haben, und die wünschen sich tatsächlich, also schwarz-gelb, die wünschen sich schwarz-gelb, es ist halt sehr unrealistisch, wenn wir jetzt drauf gucken, ne, also auch diese, diese ganzen Kampagnen und so, das hat jetzt der FDP scheinbar noch überhaupt nicht geholfen, ich weiß nicht, ob sie rausfliegen, ich weiß es nicht, aber schwarz-gelb wird sehr unrealistisch sein, dass es eine Mehrheit gibt. Schwarz-gelb wäre tatsächlich das Schlimmste, sage ich auch, weil dann hättest du jetzt keine radikal-linke Partei dabei, und dann könnten die tatsächlich, ich weiß nicht, ich halte es nicht von möglich, dass die dann so ein bisschen auf, jö, wir machen mal Remigration, wir schieben hier mal, keine Ahnung, 20.000 Illegale ab, und in der Zeit kommen hier 2 Millionen weitere rein, also dass die halt so kurz das weiter verschleppen könnten. Genau aus diesem Grund bin ich auch, also befürworte ich auch ganz klar, möglichst früh Neuwahlen, und am besten dann halt schwarz-grün natürlich, realistischer schwarz-gelb, aber ich möchte schwarz-grün mit einem März, der sich halt schön entkernt, der uns auch nicht sagen kann, wie viele Geschlechter es gibt, das hatten wir auch in diesem, na, hat das auch nicht ganz klar gesagt, mindestens zwei, ja, und der halt auch zeigt, mit ihm gibt es hier keine Wende in den wichtigsten Themen unserer Zeit, vor allem natürlich der Migration und allem, was dran hängt, und das ist erst, weil auch, ich habe das in vielen Kommentaren gelesen, sehr viele sagen, ja, nee, nee, ist noch zu früh und so, für wegen, die AfD ist noch nicht stark genug, das hatte ich eben auch schon gesagt, Freunde, wir müssen realistisch bleiben, es ist nicht möglich, dass die AfD bei der nächsten Wahl irgendwie was zu sagen hat, jetzt als, Ja, auch nicht bei der übernächsten, also, die CDU muss gebrochen werden, und wenn die von ihrem Höhenflug wieder runtergeholt werden, ja, wenn, wenn sich März endlich verbrennt, wie der Icarus, und plötzlich, statt 32 Prozent, da 27 stehen, dann einen Monat später 26, und ein halbes Jahr später stehen da 19, ja, dann wird möglicherweise auch ein Herr Merz sich denken, uiuiuiui, also, macht geil bin ich ja, ich will ja gerne Bundeskanzler bleiben, und so, mit dieser Politik funktioniert das nicht, ne, also, muss ich mich nach rechts öffnen, und dann gibt's vielleicht irgendwann was mit der, mit der AfD. Ich glaube tatsächlich, der Osten wird den Anfang machen, also, wir haben das ja auch dieses Jahr bei den Ostwahlen schon gesehen, dass die AfD brutal stark ist, und dann haben wir auch dieses ganze Thüringens Schauspiel gesehen, also, auch da mussten sie ja wieder ihre Repressionen offenlegen, und diese Demokratiesimulation gewisserweise ja zugeben, ne, halt entlarven, und ich denke, dass tatsächlich bei der nächsten Ostwahl, wenn, also, ich sag nicht, dass es super wahrscheinlich ist, wahrscheinlich erst die übernächste, aber bei der nächsten halte ich es theoretisch für möglich, auch wenn sich das BSW entlarvt, ne, als eigentlich nur ein Altpartei, die, die jüngste Altpartei sozusagen, dass wir da vielleicht dann schon die erste, die erste Mehrheit sehen, wirklich für die AfD, oder halt die CDU als gebrochener Koalitionspartner, und dass das so diesen Anstoß gibt, für dann eine Bundesregierung mit AfD. Aber, genau, es ist bei der nächsten Wahl 0%, und bei der übernächsten dann auch noch nicht viel, aber, ja. Ja, Traum, jetzt wäre übrigens schwarz, gelb, grün, ähm, weil dann verbrennen sie sich halt alle, also, auch die neugeborene FDP, die kann man dann nicht erzählen, naja, aber wir wollten uns so, ihr habt, ihr, ihr wartet am Tod würden, ihr habt uns so wieder verarscht, ja, wir haben die Schnauze voll. Das könntest du auch keinem bringen, stell dir mal vor, die FDP zieht das wieder durch, und dann so drei Jahre später, dann kommen sie wieder, also kurz vor, vor Ende der Legislaturperiode, dann so, mit so einem liberalen Wirtschaftspapier, nee, nee, wir wollen jetzt hier, da die Änderung, und da, also, die müssen, würde ihnen ja ein paar Normenstimmen gönnen, wenn sie dann bei der übernächsten Wahl sagen, wir sind bereit, die kleine Nutte der AfD zu sein. Haha, wie? Ja, wir hoffen, da bieten sich noch, da bieten sich noch weitere Parteien an, aber wir, wir möchten die kleine, dreckige Nutte der AfD sein, wir werden alles über, wunderbar, dann könnt ihr sie gerne wählen, und ich verachte euch nicht. Was für ein gutes Abschlussstatement zu diesem Thema. Dankeschön, alles klar. Dann, das möchte ich noch anmerken, Die Würfel sind gefallen. SPD-Fraktion-Chef Rolf Mützenich und sein Counterpart von der Union Friedrich Merz haben sich geeinigt. Der neue Bundestag soll am 23. Februar gewählt werden. Heißt, Bundeskanzler Scholz wird voraussichtlich am 16. Dezember die Vertrauensfrage stellen. Das wollte er eigentlich erst Mitte Januar tun, doch die Union forderte vehement einen früheren Termin. Am liebsten wäre ihr schon diese Woche gewesen. Dass Deutschland diese Hängepartie erdulden musste, ein taktisches Spielchen der SPD, sagt der Ex-Koalitionspartner FDP. Es hätte viel schneller gehen können. Jetzt sitzt die Union am längeren Hebel. Denn die Restampel will trotz fehlender Mehrheit noch geplante Gesetzesprojekte über die Zielgerade bringen. Doch die Christdemokraten treten auf die Bremse. Als Mehrheitsbeschaffer wollen sie nur bei ausgewählten Vorhaben dienen, etwa bei der Stärkung der Rechte des Bundesverfassungsgerichts oder der Verlängerung von Auslandsmandaten der Bundeswehr. Hirni, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Liebe Zuschauer, hat mir auch mit euch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und Hirni, du darfst das Schluss versprechen. Boah, supi. Also es war echt eine coole Wabe auf jeden Fall. Mir hat es auch absolut Spaß gemacht. Danke, dass ich wieder hier sein durfte, Kasper. War wirklich cool. Könnt gerne mal bei mir vorbeischauen. Würde mich freuen. Und ansonsten, ja, eine gute Nacht wünsche ich. Und für den nächsten schönen Waben. Macht's gut. Ciao, ciao. Vielen Dank.